Im ersten Satz, als Potito Starace eine Breakmöglichkeit hatte und es sah gut aus in jenem Ballwechsel, aber am Ende gewann Federer den Punkt. Seither meistens sehr solid Federer bei eigenem Aufschlag. Kaum mehr getestet, einmal noch hiess es 0,30. Und da sind drei weitere Matchbälle. Da kommt kein Aufschlag zurück. 90% der erste oder Punkt gemacht nach ihrem Aufschlag. Eine fantastische Grote. Der zweite Matchballer reichte noch nicht. Aber mit Lummernrei richtete es der Meister. Die Ausgangslage gar nicht so einfach wie viele meinten vor dem heutigen Spiel. Nach sechs Wochen Pause das erste Match für Roger Federer. Vielleicht die längste Pause, die er je gehabt hat, innerhalb einer Saison. Aber er zeigt vor allem im zweiten Satz, dass er keinen Rost angesetzt hat. Im ersten Satz, da hat es Starace die Chance, diesen Satz für sich zu entscheiden. Im zweiten Durchgang war dann Federer klar besser. Und Federer ist bereits unten bereit für das Interview bei Heinz. Ja, herzlichen Dank. Dass ich technisch bin, Lafia getestet hat.